Wie kann KI bei der Erstellung von OER helfen? KI heißt künstliche Intelligenz. Damit beschrieben werden Technologien für maschinelles Lernen. Generative KI ist eine Unterform der künstlichen Intelligenz. Das sind Systeme, die große Datenmengen, zum Beispiel ganz viele Texte oder Bilder, analysieren können und auswerten. Die KI, also der Algorithmus, erkennt dabei Muster und lernt, wie etwas aussehen muss, zum Beispiel wie das Bild von einem Pferd aussieht. Je länger sie dann lernt und je mehr Daten vorhanden sind, desto präziser werden die Ergebnisse, kann sie reproduzieren, was man eingegeben hat und selbst Bilder generieren und deshalb nennt man das generative KI. Beispiele dafür sind ChatGPT mit Journey oder StableDiffusion. Es gibt Systeme, die alle Inhaltsformen können und spezielle Systeme für Musik oder Video oder Bilder. Das bedeutet für OER. Eine KI kann helfen, Texte und Grafiken zu erstellen. Sie kann Aufgaben entwerfen, Zusammenfassungen schreiben, Konzepte erarbeiten und vieles mehr. Sie kann einem also sehr viel Arbeit abnehmen und auch Dinge erzeugen, die man selbst vielleicht gar nicht hätte erzeugen können. Dafür müssen Menschen aber etwas tun. KI operiert immer auf der Basis von Prompts, also von Eingaben. Und je präziser und ausgefeilter diese Eingaben ausgestaltet sind und vom Nutzer formuliert werden, desto besser werden die Ergebnisse. Beispielsweise, wenn ich der KI sage, zeichne einen Roboter, ergibt das im Zweifel nur sehr austauschbare und generische, rudimentale Ergebnisse. Wenn ich aber schreibe, erstelle mir ein fotorealistisches Bild von einem Roboter. Er soll nicht bedrohlich, aber auch nicht zu menschlich wirken. Der Hintergrund soll neutral sein. Der Roboter soll mit einer Haushaltsarbeit beschäftigt sein. Dann wird das wahrscheinlich ein sehr viel ausgefeilteres und wesentlich besser auf meine eigenen Erwartungen zugeschnittenes Ergebnis erzeugen. Das heißt aber nicht, dass ich in aller Regel dann das einfach so nehmen werde, sondern die Ergebnisse müssen üblicherweise auch nochmal überarbeitet werden, damit sie eben dem eigenen Kontext und den eigenen Erwartungen entsprechen. Und hierbei sind dann wiederum menschliche Kreativität und sind menschliche Kenntnisse erforderlich. Was ist beim Einsatz von KI rechtlich zu beachten? Es gibt mittlerweile allerhand Regularien, die bei der Verwendung von KI relevant werden können. Solche betreffen aber vor allem in erster Linie die Anbieter von KI oder Unternehmen, die solche Systeme einsetzen. Ein Beispiel ist die viel diskutierte KI-Verordnung, der sogenannte AI Act der Europäischen Union. Dieser wurde im Frühjahr 2024 verabschiedet. Hierin geht es vor allem um die Regulierung von KI-Angeboten und deren Verwendung durch Unternehmen oder Behörden. Für Verwender von generativer KI sind unter anderem urheberrechtliche Aspekte zu beachten und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen stellt sich die Frage, ob Urheberrechte beim Trainieren der KI eine Rolle spielen können, also Urheberrechte am Input relevant werden. Und zum anderen stellt sich die Frage, ob am Output Urheberrechte bestehen können, also an den Ergebnissen, die die KI hervorbringt. Zum ersten Thema. Spielen Urheberrechte beim Trainieren von KI eine Rolle? In diesem Zusammenhang wird gerade viel diskutiert über die Frage, ob Anbieter von KI die Zustimmung von Urhebern und Urheberinnen einholen müssen, wenn sie deren Werke zum Trainieren von KI verwenden wollen. Anders ausgedrückt aus Sicht der Urheber besteht eine Möglichkeit, OpenAI und anderen KI-Unternehmen zu untersagen, deren KI an meinen Werken, meinen Daten oder Publikationen, die ich frei verfügt beim Internet habe, zu trainieren. Und müssen mir die Anbieter hierfür vielleicht eine Vergütung zahlen? Diese Fragen sind im Moment sehr umstritten und die Rechtslage ist da noch unklar. Im Moment, Stand März 2024, sind allerhand Rechtsstreitigkeiten in allen möglichen Teilen der Welt anhängig, wo es genau um solche Fragen geht, unter anderem in den USA, aber eben auch in Europa. Meine vorläufige Einschätzung dazu ist, erstens, das Trainieren von KI auf urheberrechtlich geschützten Material ist erlaubt. Dafür gibt es nämlich gesetzliche Nutzungsfreiheiten, in den USA beispielsweise Fair Use oder Schrankenbestimmungen unter EU-Recht. Das bedeutet, dass die Urheber, bevor die KI trainiert wird, nicht um Erlaubnis individuell gefragt werden müssen. Das würde auch in der Praxis sehr schwer realisierbar sein. Das sind ja Milliarden von Rechteinhabern und Daten und Inhalten. Das bedeutet, KI-Anbieter brauchen keine Lizenz und nach diesen Regeln müssen sie auch keine Vergütungen bezahlen. Aber als Ausgleich und um die Interessen von Urheberinnen zu schützen, sagt das Gesetz, dass diese eine Art Opt-out erklären können. Das ist eine technische Erklärung, zum Beispiel auf einer Webseite, die im Grundsatz besagt, ich möchte nicht, dass an meinen Inhalten eine KI trainiert wird. Das kann man so implementieren in den Quellcode von Webseiten, dass die KI dann sozusagen um diese Webseiten herumgeht. Allerdings sind solche technischen Lösungen im Moment noch nicht endgültig vorhanden. Daran wird gearbeitet, die wird es früher oder später aber geben. Rechtlich betrachtet bedeutet das dann, wenn jemand einen solchen Vorbehalt erklärt, das technisch implementiert, dann dürfen KI-Anbieter diese Werke auf dieser Instanz auch nicht zum Trainieren benutzen. Ob das die Urheberinnen so wollen, das ist dann ihre eigene Entscheidung und sie können das selbst angeben. Zum zweiten Thema. Ist der Output von KI-generierten Inhalten urheberrechtlich geschützt? Hier gilt zunächst, dass das Urheberrecht nur Anwendung findet für kreative Leistungen von Menschen, also nicht für rein maschinelle Erzeugnisse. Ob der Output eines bestimmten Vorgangs geschützt ist, hängt also davon ab, ob der Mensch auf das KI-generierte Ergebnis Einfluss genommen hat und das beispielsweise noch weiter bearbeitet oder verändert hat. Reine KI-Schöpfungen ohne menschlichen Einfluss des Outputs genießen kein Urheberrecht, sind also gemeinfrei. Gemeinfreiheit bedeutet, dass die Inhalte frei verwendet werden können. Es gibt kein Recht hieran. Niemand muss also um Erlaubnis fragen, wenn er sie weiterverwenden will. Niemand muss Vergütungen bezahlen. Niemand muss Namen nennen oder Ähnliches. Das Erzeugnis ist tatsächlich im eigentlichen Sinne vollkommen frei und kann als OER ohne weiteres verwendet werden. Wenn allerdings der Output vom Anwender bearbeitet wird, können Urheberrechte entstehen. Ob das der Fall ist oder nicht, hängt von der sogenannten Schöpfungshöhe ab. Die Schöpfungshöhe beschreibt ein Mindestmaß an individueller schöpferischer Leistung, das erforderlich ist, damit ein Urheberrecht anerkannt wird. Ob diese Schöpfungshöhe erreicht wird oder nicht, hängt total vom Einzelfall ab. Das kann man nicht abstrakt beurteilen. Also nicht sagen, wenn so und so viele Teile der KI-generierten Inhalte bearbeitet wurden, entsteht Urheberrecht. Und wenn das weniger ist, dann ist es nicht so. Das ist eine Einzelfallfrage. Am Beispiel. Bei der Bildbearbeitung etwa. Wenn ich ein Bild von einer KI generieren lasse und darauf lediglich einen Photoshop-Filter anwende, entsteht kein Urheberrecht, weil das Filteranwenden ist ein technischer Vorgang. Wenn ich das Bild nur beschneide oder ein anderes Format konvertiere, genau das Gleiche. Kein Urheberrechtsschutz. Allerdings, wenn ich das Bild nehme, neue Elemente hinzufüge und es nicht nur unerheblich bearbeite, ergänze beispielsweise, dann kann an dieser bearbeiteten Version ein Urheberrecht entstehen. Genauso bei der Textbearbeitung. Ein Text wird von der KI generiert. Wenn ich ihn lediglich kürze oder grammatikalische Verbesserungen vornehme oder stilistische Änderungen, dann entsteht daran erst mal kein Urheberrecht. Wenn ich den Text aber ergänze und eigene Teile hinzufüge, kombiniere mit anderen Bestandteilen, dann kann an diesem Erzeugnis ein Urheberrecht entstanden sein. Das nennt man auch hybride Kreationen, also das Zusammenwirken von menschlicher Leistung und KI-Fähigkeiten. Ob hier ein Urheberrecht entstehen und inwieweit Urheberrecht gewährt wird, hängt sehr davon ab, wie sich die eigenschöpferische Leistung des Urhebers auf das KI-Ergebnis ausgewirkt hat. Also was eine Person tatsächlich gemacht hat, um das KI-Ergebnis zu bearbeiten. Und hier kann es dann sein, dass tatsächlich an dem menschlichen Teil dieses Erzeugnisses ein Urheberrecht entstanden ist, an dem reinen KI-Output aber keine Rechte bestehen. Macht es Sinn, gemeinfreien KI-Output zu lizenzieren? Die Antwort lautet nein. Gemeinfreiheit heißt nämlich per se open. Eine Lizenzierung bei gemeinfreien Inhalten ist schon nicht nötig, denn sie dient dazu, die Nutzung zu erlauben und Nutzungsregeln aufzustellen. Da aber gemeinfreie Inhalte ohne jegliche Auflagen und vor allem ohne Erlaubnis ohnehin frei genutzt werden können, ist eine Lizenz hier sinnlos. Denn dabei handelt es sich ja um eine Nutzungsrechtseinräumung und solche Nutzungsrechte gibt es ja gar nicht, wenn der Inhalt gemeinfrei ist. Sie wirkt sich daher eher freiheitsbeschränkend aus, nämlich insofern als Regeln aufgestellt werden, die es sonst gar nicht geben würde. Sie ist damit kontraproduktiv. Und im Übrigen wird eine solche Lizenz bei gemeinfreiem Inhalt in der Regel ohnehin nicht funktionieren. Außerdem, da kein Schöpfer vorhanden ist, macht hier das CC bei, das ja die Nennung des Urhebers vorschreibt, keinen Sinn, denn es gibt ja keinen Urheber in diesem Sinne, sondern nur eine KI, eine Maschine, die den Inhalt konstruiert hat. Was dagegen sinnvoll ist, sind rechte Hinweise, denn man sieht ja dem Output seine Gemeinfreiheit nicht an. Dritte wissen ja gar nicht, ob eine KI dahinter steht oder ein Mensch. Solche Rechte-Kennzeichnungen kann man zum Beispiel in Form eines Public Domain Marks anbringen. Das ist ein reiner Hinweis auf die Gemeinfreiheit, der auch von Creative Commons zur Verfügung gestellt wird. Oder auch eine CC Zero Lizenz, das ist eine Gemeinfreiheitserklärung. Im Übrigen scheinen sinnvoll Hinweise darauf zu geben, dass es sich hierbei um ein reines KI-Erzeugnis handelt. Dadurch wird Transparenz geschaffen und das ist aus ethischen Gründen in aller Regel ratsam. Wie kann und wie sollte man hybride Kreationen lizenzieren, damit sie als OER genutzt werden können? Hybride Kreationen sind solche, wo Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Wie sie lizenziert werden sollten, hängt von der jeweiligen Konstellation ab. Handelt es sich beispielsweise um die hybride Kombination von Mensch und KI gemachten und damit trennbaren Einzelelementen, dann können diese einzeln und unterschiedlich lizenziert werden. Beispielsweise, wenn es ein Bild gibt, das von einer KI generiert wurde und dieses kombiniert wird mit einem selbst verfassten Text. Das Bild als KI-Inhalt ist urheberrechtlich nicht geschützt und damit per se gemeinfrei. Hier sollte man darauf hinweisen, dass Gemeinfreiheit besteht und das tut man mit Tools wie CC0 oder dem sogenannten Public Domain Mark als Hinweis, dass der Inhalt ganz frei und ohne jegliche Restriktionen genutzt werden kann. Bei dem Text dagegen handelt es sich um ein schöpferisches Werk, das im Zweifel auch urheberrechtlich geschützt ist. Damit ist der Text per se unfrei, weil das Urheberrecht sehr viele Restriktionen vorsieht und eine Lizenzierung ist notwendig, um daraus OER zu machen. Hier bieten sich möglichst liberale Lizenzen an, wie zum Beispiel CC0, CC BY oder CC BY SA, damit auch der maximale Nutzen der Lehr- und Lernmaterialien gewährleistet ist. An sich sind hier gar keine Besonderheiten zu anderen OER zu verzeichnen, die ohne Einsatz von KI erzeugt wurden. Anders ist die Konstellation wieder bei den Bearbeitungen. Also handelt es sich beispielsweise um die menschliche Überarbeitung eines KI-generierten Erzeugnisses, ist das alles gemeinsam als ein Werk zu betrachten, das auch im Ganzen lizenziert werden muss. Ein Beispiel wäre ein KI-Bild, das von einem Menschen überarbeitet, ergänzt oder verändert wurde. Hier sind die Bestandteile nicht trennbar, also ist das insgesamt als OER zu lizenzieren mit einer wiederum CC0, CC BY oder CC BY SA-Lizenz. Abschließend zeigt sich, dass KI ein sehr dynamisches Feld ist. Hier ergeben sich ständig Änderungen, zum Beispiel in technischer oder auch in rechtlicher Hinsicht. Generell kann man wohl sagen, dass KI ganz viele neue Möglichkeiten schafft, die es vorher gar nicht gegeben hat, nämlich insbesondere bei der Erschaffung von kreativen Materialen. Das nützt natürlich auch OER als solchen. Praktisch ist dabei auch, dass KI-Erzeugnisse per se gemeinfrei sind. Man braucht sie also gar nicht kompliziert öffnen, man braucht keine Open-Content-Lizenzen einsetzen, denn sie können ohnehin schon freigenutzt werden. Darauf hinzuweisen ist aber allemal sinnvoll, nämlich zum Beispiel mit einer Public-Domain-Mark anzugeben, dass es sich hierbei um einen gemeinfreien Inhalt handelt. Und zum anderen ist es sinnvoll, Transparenz zu schaffen und darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem jeweiligen Inhalt um ein reines KI-Erzeugnis handelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und dann ist es zu haben, dass es sich bei dem einen